2. November 2011. Durch ein Brandanschlag werden die Redaktionsräume von Charlie Hebdo zerstört. Kurz zuvor hatte das Satire-Magazin eine Mohamed-Karikatur veröffentlicht. Die Feuerattacke war der bis dahin schwerste Angriff gegen Charlie Hebdo, das immer wieder Ziel von Anzeigen und Drohungen war. Im Fokus damals Stéphane Charbonnier, genannt Charp, Chefredakteur des Magazins und ein vehementer Verteidiger der Meinungsfreiheit. In einem Interview nach dem Brand sagte Charbonnier damals, er würde lieber stehend sterben, als auf Knien zu leben. Nach dem Brandanschlag 2011 machte Charlie Hebdo weiter und nahm keineswegs nur den Islam aufs Korn, sondern genauso etwa die katholische Kirche oder französische Politiker. Die Redaktionsräume des Magazins wurden bewacht, Charbonnier erhielt Personenschutz. Am 7. Januar wurden der 47-Jährige und elf weitere Menschen bei dem bewaffneten Überfall auf die Charlie Hebdo-Redaktion getötet. Darunter ein Haustechniker, zwei Polizisten und einige der bekanntesten Cartoonisten Frankreichs.